Am Sonntag, 11. August, 18.30 Uhr, Schauinsand, Reisen Arena, Duisburg gegen Kreuzer-Fuchta, 2 zu 0. Leo war im Kauf, Marvin Kober, Arne Shiger, Joshua Piter, Lukas Beder, Konor Kropicki, Moritz Stoppelkamp, Lukas D. Daschner, Tim Albuter, Fistin, Bin, Bala, Leori, Jakubes, Micheles, Jetzt kommt Kreuzer-Fuchta. Marius Funk, Maximilian Wittek, Merkin Mafia, Maximilian Sauer, Tobias Möhr, Marco Cardiguri, Paul Sekuin, Marvin Stefanik, Daniel Keita-Ruel, Hafat Nielsen, Julian Greene, Das war's, erste Runde, 21.40 Uhr.